Musik 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 Bei den Bauern Bei den Dorfbewohnern Da ist aber noch nix eingepflanzt Ja, weil wir alle zu... Ja Kannst der halbe denken Weil ihr zu dumm seid Nee, weil wir zu f... FFFf...Foul Nee, zu faul, n- Nee, zu direkt würde ich das nicht sagen Aber dann, naja, doch irgendwie schon Doch wir waren zu faul Ja, ok, komm Kann auch giftige Ergärten einpflanzen Spanner! 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 Spanner Ey, das ist doch gut. Was für einer Zombie doch gut ob er sich dazu baut weniger 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 mit einer anderen Nummer scheiße hatte mir voll viel Schaden gemacht Kräfer man kann man die scheißgiftigen Kartoffeln nicht einpflanzen bei mir als Fakir Fakir Domi zum Näh ich fick mich nicht nur noch 16 wo habe ich meine Externtruhe für erlangen wo kommt hierher und ich bin nicht der da also das ausschalten Prozent doch nur noch nicht dass die Kiste nicht hin machen die Nürnberg und beteckt nur scheinen Schärme Kiste ja du kannst ja gar nicht bauen sich immer scheitbar haben konnte wie konntet ihr dann da die wand bauen wenn wir op haben als op kannst du auch nicht bauen dann baue ich die kiste eben draußen wer ist auf gleicher höhe mit mir etwa ja warte wer ist das lol dieser schweiz Lisa Besteunerhöhle kann ich die Betten weg machen ich leise ein Rotter also dann nimmt du doch mal die Christian Klatsch wenn die Götter kann ich auch keine Kiste hin machen oder die unabhängig nämlich so die Küste warte Prozent hier und klatscht da hinten rechtlich 6 da er ja da der Gewinn ich hab ganz viele Namensschilder ach Gott wir spielen auf der 1 6 da gibt es ein Pferde ja mann stimmt ja ich hab zwei Schaltplatten und die Betten stören hier drin soll ich die drei Namensschilder mitnehmen komm ich nehm die jetzt einfach mal mit so da klatsch ich jetzt mal die Dias weg ja macht es Sattel Promiensattel für die Pferde weiß es jemand ähm keine Ahnung keine Ahnung Leute ein Zombie im Brunnen oh Gott alle Gäste extra doppelt so viel Kram zu gesprochen also ich hätte gern 15 Gramm Kokain 34 Gramm äh Mehl Prozent 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 macht Simon Sini Gäste uns das Zini Oh ja, das Simi. Bitte Pilze gewachsen. Achso ja, falls ihr euch vielleicht fragt, warum Lukas nicht dabei ist, sage ich jetzt so ziemlich früh. Er wollte nicht. Echt nicht? Er spielt mit Niko. Ach so. Ja genau, die spielen LOL habe ich vorher schon geguckt. Such dies. So. So, so, so. So, so müssten die scheiß Pilze doch wachsen. Da ist nix, da ist nix. Perfekt. Eigentlich perfekte Bedingungen für Pilze. Kann das denn irgendjemand aufschreiben, wo der Zombie spawnert? Ähm, ne. Ne. Wo ist mein Zertau? Hier. Hardcore. Ha! Alles geschafft. Ah, bin ich auch wieder da. Ja. Eutzeler für immer. Für immer. Warum? Oh noll. Meine Mutter ist gerade mit dem Einkauf gekommen. Was? Meine Mutter ist mit dem Einkauf gekommen. So spät. So spät. War noch mal mein Vater. Mein Vater auch noch kurz von der Arbeit. Alter, ich muss geschön draus, ich muss mal kurz Minimap drauf machen, sonst wird das hier nix, sonst verlaufe ich mich da. Ja. Wohin hast du mal gesagt Minimap entschieden. So. Mir ist scheißegal. Ich bin ja gleich wieder da. Keine Angst. Kraftenterminal los. Los. Lol. Wot? Ich hab ne Mine. Ähm. Und ich hab ne Arschloch. Sag mal mein Koordinat, dann komm ich schon zu dir. Äh. Drei. Drei. Fünfzehn und hundertfünfechzig. Äh. Da steht, ich kann die Lichte nicht runterladen von Kraftenterminal. Was für die Lichte? What? Was war's? Drei. Fünfzehn und? Äh. Hundertsiebzig. Öffnen. Leg mir die Eier. An. Ne, danke. Oh lol. Äh, Juli, können wir in einer Viertelstunde Pause machen. Fall drum. Einfach so. Okay. User was moved out of your channel. Okay lol. Okay lol. Wer wurde? Äh, Lisa. Wohin? Äh, wahrscheinlich im Alpha. Lol. Da wurde zu, zu, zu Felix gezogen. Zu wem? Oh, zum Owner. Zum Felix. Lol. Ich hab aber was Böses gemacht. Hä? Äh. Wo denn? Oh mein, ja. Oh mein, ja. Oh mein, ja. Oh mein, ja, Juli. Oh mein, Ruhe, Mensch. Warte, ich mach das jetzt anders. Ich komm mit meinem anderen. Bläh, nee, nee. Ich bin so böse. Warum? Was machst du? Ah, Juli, ich seh deinen Namen. Ah, fuck mein, schweizergerecht nicht. Oh mein Gott, ich seh deinen Namen. Oh. Oh. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah. Was war das? Warte mal, was ist alles? Lisa, was war das? Lisa, was war das? Lisa, nicht du. Lisa, nicht du, Juli, ich möchte sehen. Hey, Juli. Okay, Lisa, hat's wieder durch Sprache verschlagen. Ne, ich bin gerade verwirrt. Warum wurdest du gemoved? Von Felix. Keine Ahnung. Tschüss und Felix. Hat er irgendwas gesagt? Ja, irgendwas von, wenn ich hier sexuell belästigt werde, dass ich dem Bescheid sagen soll und so. Juli, bleib stehen, warte. Siehst du mich? Siehst du mich? Schau hoch. Der Name? Ah! Ich hab irgendwo nie, Zombie. Ich war lieber hinter mir zu. Fuck! Arschloch. Aber, Juli, ganz ehrlich, jede Woche, wenn ich bei Herr Krop vorbeilauf, steht eine neuen Bonzenkarre vor seinem Haus. Echt? Nein, mein Schatz ist kaputt! Ja, der ist meine, komm schon mal zu mir. Wo bist du? Äh, Juli, bist du schon mal gestorben? Ja. Ja. Haha, ihr Lutscher. Immer nicht. Ja. Warum hab ich kein Holz mehr? Wo? Ach da. Okay, ich komm. Wieip! Wieip! Äh, lol. So, Mini-Zombie, aber ich seh, aber ich seh ihn nicht. Ich schlafe mal, dass ich nicht. Du kannst nur nachts schlafen, die wollen mich ja voll verarschen. Ja. Wie sieht's mit meinen Pilzen aus? Ich baue mich jetzt von der Hand weiter. So. Ach du hast keine Spitze mehr? Ja. Vielleicht. Okay, pass auf. So. Jetzt müsst's gehen. Scheiß Pilze hier. Ich komm mal in die Mine hier, äh, so. Hey, du bist doch direkt an der Mine. Na fuck, jetzt hab ich was vergessen. Äh, du mitsch. Äh. Wisst ihr, was scheiße ist? Hä? Dass man hier hüpfen muss. Ich klatschte mal ein paar Treppen hin. Mach das. Weil ich eh sch... Ach, da wirst du! Ja, warte, ja. Machst du den Couple Stone? Ich kann dir genau sagen, warum. Warum ich dann Couple Stone? Weil ich dann hingesetzt hab. Mach mich nicht!